ja grüß euch meine lieben so statt motor oder vlog wird es jetzt doch ein skivlog werden ich habe mich von da und dazu entschieden skifahren zu gehen wo ich hier gerade bin seht ihr gerade auf diesen dingern drauf ich bin in stulegg ist nicht so weit weg von wien entfernt also das ja 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 Musik 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 Outro Outro